Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das klingt ja wie aus der Tier-Sendung Wo kommt da denn auf? Ja, gibt das nicht so einen tasmanischen Teufling oder was? Also, ist ja nur egal Auf jeden Fall habe ich dann einfach mal 10 Euro gegeben Das war für Afrika Aber auch für einen neuen Kohleautomat Im Gemeindehaus Ja, aber bei einem Schein, da klimpert nichts Dann wirst du womöglich noch doof angeguckt Dann muss man das extra so zeigen vorher Ja, manche tun ja auch nur so Letzten Weihnachtsgottesdienst saß da eine Frau neben mir Ich sag, sie haben ja nur so getan Also so etwas? Und dann gab ein Wort das andere Da hörten schon Becker auf zu singen Du, ich hab den Collected Sound auf Handy Hier, hör mal Ja Das ist ja einmalig Eine Hand hältst rein Mit der anderen bis ein Handy Naja, es ist aber auch so Dass bei dieser ganzen Sammlung Hinterher keiner mehr weiß Dass von mir die 10 Euro sind Oh Herr, ja Ich meine, das ist ja viel mehr als manche Frisur Ja, dieses Er hatte so einen schönen Geligel Der Pastor? Nein, der Lütte Es hatte Gabi ihm so hochgesteuert Ah Er hatte auch so einen kleinen Anzug Er ist ja nur auch älter als die anderen Die so getauft wurden Ah Und er hat ja auch mehr Haare Ja, doch Nee, das ist ne Frechheit Dass einem deine Frisur versaut wird Wie das auf der Fotos aussieht Also Das hab ich dem Pastor denn auch gesagt Beim rausgehen Also Da muss die Kirche sich auch mal öffnen Sonst kommt man bald gar nicht mehr Aber sonst alles schön Ja, Bransch War super Das entschied ich dann ja auch Und ich war so stolz auf Rocky Nochmal Rocky Du hast Lachs gegessen, Mann Ne Das hat richtig guckig schmeckt Ja Wie war's bei euch sonst? Ja, ich hab ne Graupensuppe gegessen Aus der Dose Ach guck ja Was warmes braucht der Mensch Ne Was macht dein Rätsel? Ich brauch nur bestimmte englische Artikel Mit drei Buchstaben Vorne T Hinten I Was ganz bestimmt ist T Oh, natürlich Es ist ja wie es ist Steffi Machst du mir Meckbrötchen? Ne, muss ich ja schmieren Möchen sogar nehmen wir selber, ne Was hat denn da für ein Heft? Du, das ist die Präsentationsmappe Von der Marktforschung Über mein Bistro Wie bitte? Ihr habt doch damals Auch die Kundenbögen ausgefüllt Für dieses Marktforschungsinstitut Es war teuer genug Was kostet denn? Du, 5000 Euro hab ich bezahlt Volker sagt, das ist noch günstig Also Leute Das ist in Zukunft Ne, ne Warte Das ist die Generierung Von Impulse Für die Initierung Neuer Marketingentscheidungen Ja, wenn das so ist Dann nehm ich noch einen Kaffee Ne, ne, bleib mal ernst Also ich bin heute froh Dass ich da jetzt mehr Klarheit habe Über die Fähigkeiten und Grenzen meiner Marke Die kognitiven Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse der Kunden Auf emotionaler wie auf rationaler Ebene Mit Brötchen Franz, lass mal bitte Und die Natur des Produktes oder der Dienstleistung So wie die Regeln der Marktdynamik Ja, und was ist da nur rausgekommen? Also die Marke Steffi Schlemmer Bistro, ne Ja Steht für die Mehrheit meiner Kunden Für Schlemmen und aber auch Bistro Aha Ne, und dann ist das schon mal keine Baustelle Sagte der Berater Insofern, ne Ja Und von der Kundenbindung her Bin ich ja besonders stark aufgestellt Im Segment der 47-96-Jährigen Aber Overall Und da bilden sich wohl drei gleich starke Cluster raus Wo ist das denn? Kannst du warte 33,3% sind Early Believer Aus dem Bereich der Erlebnisorientiert Aktiven Dann hab ich wohl 33% Simplifier Was ist denn? Das sind passive Aldi Franz Was sagst du? Aha, und was wär ich denn zum Beispiel? Ja, du wärst denn wohl ein Maintainer Also kulturell aktiv und trotzdem Warte, hier steht das genau Unpretentieus und magentreu Ja, und was bringt dir das jetzt, dass du das weißt? Ja, ich weiß ja nur, wo ich unternehmerisch hin möchte mit meinem Magenkern Weil ich bin im Ziel erleben der Kundschaft Frisch, knusprig, einfach lecker In Abgrenzung zu täglich frisch und günstig Weil das wollen alle Alleinschuh Ich will ein Leuchtturm sein in der Gastronomie-Landschaft Steht hier auch Und das mündet dann eben in diesen Klinen Was? Der Schlogen Das ist ja, was das zu teuer macht, diese Untersuchung Aha, und der wäre? Steffis Schlemme-Bistro Frisch, knusprig, einfach lecker Eben nicht, das ist ja nur das Ziel erleben vom Kunden her Was? Der Schlogen ist Steffis Schlemme-Bistro Lecker Stark Ja Niki, euch das ist das Essential Ja, und jetzt gibt's Brötchen, oder was? Ich muss es erst schmieren Was? Mach dein Rätsel Ich brauch noch Radaufhänge-Vorrichtung mit fünf Buchstaben Einen Haken Oh, das hatte ich gesucht Es ist ja, wie es ist Steffi, machst du mir Meckbrötchen? Nee, muss ich ja schmieren Mich und sogar nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Haha, jetzt kommen die Bestien so Ich bin gewappnet Was hast du denn für Erbträume? Der Wolf, der ist ja schon überall mittlerweile Es ist doch herrlich Ja Wenn die Natur dann wieder zurückkommt Und die gucken ja immer so niedlich Haha, die beißen so ein kleines Lamm Sagen wir mal, direkt in den Kopf Aha Nee, das sollen sie ja nicht Guck, das ist das Alles niedlich und nun denkt, keiner will es Wieso, ich will das doch Nur nicht in der Nähe Das ist ja auch mit Kindergärten und Atom Was? Ich mein Strom und Kinder Das ist die Zukunft Aber man will das ja nicht unbedingt bei sich ein Haus dran haben Also von der Wohnqualität Das hat ja nun nichts mit Wölfen zu tun Jetzt pass mal auf Du wohnst zwischen einem Atomkraftwerk Und einem Jugendknast Über dein Haus sind diese neuen dicken Stromleitungen Ja Und darunter ist jetzt wohl noch so ein Endlager Mit diesen rostigen Fässern Oh Ah Nee, warte Dann ist bei dir noch im Haus Eine Kindertagesstätte Und gegenüber Eine Kneipe mit Biergarten Kriegst ja kein Auge zu Und dann Kommt noch nachts Der Wolf durchs Fenster Und beißt sie in die Kili Warte mal Ja und nun? Ich mein, das ist ja keine Wohnqualität In dem Sinne Sag mal Dann rennst du blutend aus dem Haus Und das Letzte, was du siehst, ist Dass in deinem Garten So ein Rudel Wildschweine Dein Gemüse Angesabbert hat Sünde Also Leute Also Nee, da hat er natürlich recht Also so hab ich das noch gar nicht gesehen Du Rudolf, wo ist das denn nun genau? Franz Du, bei Gabi gegenüber Haben sie jetzt ja neue Wohnungen gebaut Ja, das ist ja auch wichtig Das sagst du jetzt so Aber Da sind jetzt ja Leute gegenüber Und das ist dann ja auch nicht mehr das Ne? Also Ja, es müsste gesetzlich geregelt werden Dass wenn plötzlich bei dir gegenüber Leute wohnen Dass die dann nicht auch noch Atomwill hinsetzen oder sowas Naja, das muss man dann abwägen, ne? Nimm mal Kinder Die sind ja nun nicht so gefährlich wie Wölfe Aber lauter wie Atom Das bleibt die Gumenommen Ja, am Ende denkt jeder an diesen Florian sein Prinzip nur Heiliger St. Florian Was denn nun los? Heiliger St. Florian Tünde überall die Häuser an Ja, und? Und denn? Ja Und dann sollst du mal sehen Er versteht es ja nun gar nicht Was? Nee, Franzien Mach du mal erst mal Rätsel Ich brauch noch Anfang einer Turnübung mit 10 Buchstaben 4 durchs Nest Ja, hinstellen Aha Was gibt's Neues? Du Georg, was ich mal fragen wollte Du bist doch so weltpolitisch in Bilde und so weiter Aha Nordkorea, ne? Aha, ist ein Begriff Siehst du, er weiß das gleich immer Ja, was ist denn da nun? Also wie kann das sein, dass in so einem altmodischen Land der Präsident so eine Frisur hat? Waf Ja Georg, der Irre von Pyongyang, der hat einen Undercut Waf Er hat einen Undercut mit dis Rasierte übern Ohr Ja, Timo hat das ja auch Ja Ist ja momentan überall angesagt, ne? Das ist ja ein Top-Steiling Ja, jetzt frag ich dich In welchen Salonen lässt er schneiden? In Nordkorea Und er hat ja auch was drinne So Kokos, Wax oder was, ne? Und ich mein, das sieht richtig gut aus Also Nee, wenn er es so nach hinten geht, dann sieht das toll aus, ne? Das hatte der Vater ja auch schon Ja Und von dem her Von Styling und Atom verstehen sie was? Ja Und dann wollen sie damit ja auch glänzen Leute, wir reden hier über einen irren Diktator, der die Welt bedroht Und ihr kommt hier mit Frisuren Ja, aber irgendwie haben die ja immer so ein besonderes Styling, die Bösen Was? Ja, nimm mal Gaddafi Der sah ja aus wie Michael Jackson Von der Frisur her und von dieser Show-Uniform Da fehlte ja nur noch der Effi Ja, aber der Irre von Pyongyang hat ja keine Show-Klamotten an Georg, alles kann, nix muss Nimm mal den Irren von Teheran Der steilt sich ja auch nicht mit Klamotten Bei ihm reicht ja so ein bisschen Permanent-Make-up um die Augen, meine ich Ach, wie Boris Becker? Der hat ja nur keine schmuckigen Eis Der hat ja nur so Ferkelwimbern Und die hat er mal eine Zeit lang angemalt Aha Wo? Aber der Irre von Teheran hat doch manchmal so eine Trainingsjacke an Das hab ich auch an, im Bett Der hat ja richtig Adidas Viel Castro auch Ja, und der hat ja noch manchmal als Gag So ein Camouflage-Cabby auf, ne? Da trage ich hier ja auch viele Da sind sie modern Du, Camouflage, das trägt ja auch Putin, ne? Diese steilischen Camouflage-Hosen Und dann oben ohne mit so einem Maschinengewehr Er ist schon mal mit dem Patronengürtel und dies Gewehr auf den Tiger geritten Also, und ich meine, er macht auch Wechseln, ne? Also, Brust und Rückenhaare Leute, bleib mal bei'n Thema Putin ist kein Diktator, da ist ein lupenreiner Demokrat Das stimmt natürlich Das stimmt natürlich Ne? Ja Also Ja Bist du fertig, Franz? Ne, ich brauch noch augenblickliche Stimmung mit fünf Puta am hinten E Ach, müde Ja, dann lass mal Es ist ja, wie es ist Steffi, machst du mir mit, Brötchen? Ne, muss ich jetzt schmieren, möchtest du sogar nimm dir selber, ne? Was gibt's Neues? Du, was sich jetzt die letzten Jahre durchgesetzt hat Haha, gib nur noch Super, ne? Nein, auch, aber ich meine jetzt Diskretionsabstand an Pfandautomat Ja, was ist damit? Ja, die Leute halten Diskretionsabstand ein Einfach so, wie vor'n Geldautomat Ja Ich meine, da ist ja nichts zu gucken Eben drum Ja, was? Ja, den kannst du ja auch Abstand halten In der Apotheke zum Beispiel, das hat ja viel interessanter, was so eine Oma für Salben braucht Franz Ja, dann weißt du schon einiges Aha Aber da wird ja um Abstand mit so'n Strich richtig gebeten Ja, da, ja Aber bei der Post ja auch immer Was soll das eigentlich? Diskretion im Kundenverkehr Ja, was soll das? Dann steht da, bitte Abstand halten Ja Und dann macht sie ja erst recht spitze Ohren, was da nun wieder ist Das ist das Und am Ende will er einen Bogenbrief machen Das ist ja langweilig Hallo Ja, was soll das? Wenn ich an Pfandautomat stehe, dann will ich da mal ne Ruhe haben Das ist gefummelt genug Und da geht auch kein Band an, was ich für'n Prudel trinke Was trinkst du? Ja, Bier oder Prudel Was ist denn nun los? Egal Aber du stehst ja vorher mit deinen leeren Flaschen in den Einkaufswagen dicht an dicht in der Schlange vor diesem Pfandautomat Ah So, aber auf dem letzten Meter dennoch diskret werden, oder was? Ich versteh's nicht Du stehst in eine Schlange vor einen Sexshop, oder was? Ach, guck an Nee, theoretisch Und wenn du drin bist, wirst du auf einmal einen Balken vor der Augen haben Udo, wer macht das denn? Also Leute, und so ist das auch mit der Post dieses Da steht eine vor dir eine Schlange und brüllt so eine Freundin in ihr Handy, dass ihr Macker ein Intimpiercing hat und sie aber Nickelallergie Das geht ja gar nicht Ja, und hinterher darf ich nicht mitkriegen, dass ihr ein Paket vom Baderversand kriegt, oder was? Ja Also Leute, was soll da? Wenn ich im Kino-Foyer Nachos kaufe, dann hält ja auch keiner Abstand Im Gegenteil, dann glotzen sie dir noch über die Schulter, wie die Käsesauce aussieht und dann heißt das nachher noch IH, wie sieht denn die Käsesauce aus? Also ich wünsch mir manchmal Diskretionsabstand am Waschbecken, du Ja, versteh ich nicht Du bist an Zähneputzen, dann schiebt sich Marion noch davor Kleinen Moment, eben abschminken, sei kein Schlamm Ja, geh euch, so sind sie du Haar genau das selbe Ding mit meiner Mutter Ja, also der Fall ist vielleicht etwas anderes geladen Frenzchen, was können wir noch für dich tun? Ich brauch noch amerikanischer Nationalpark mit sechs Buchstaben vorne D Ja, Disney Ach so Es ist ja, wie es ist Steffi, machst du mir Meckbrötchen? Nee, muss ich ja schmieren, mich und so den hinter selber, ne? Was gibt's Neues? Du, diese Pfannefahrt mit seiner Neue, ich glaube ja, die hatten da schon länger was Wie? Ja, wenn sie seine Frau, ihre Freundin war Ja Du, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, vielleicht noch Alkohol ins Spiel und dann plötzlich, ne? Das hätte ich mal mit gebackenen Kammerbär Ich hörte gerade gebackene Kammerbär Ja, 40 Jahre lang bin ich an gebackenen Kammerbär vorbeigegangen Dann komm ich eines Nachts nach Hause, dann hatte meine Mutter ihren wohl nicht geschafft und einen in der Pfanne liegen lassen Ja Und dann hat er Zoom gemacht Also, sag mal Seitdem hab ich also, bin ich also... Machst du Kammerbär? So, äh, ja Interessant Wir reden hier von Society-Themen, von einer Dreiecksbeziehung und der Abpromiss und du kommst hier mit Kammerbär Aus, Rogi, du hattest schon Nee, äh, aber dass Sylvie jetzt nicht mehr mit ihrer besten Freundin redet, ist ja klar Weil, die sind ja immer schön shoppen gegangen und danach schön Kaffee trinken Ja Ja, dann redet man ja immer nur über seine Typen und das können sie jetzt ja gar nicht mehr so schön Denn sie weiß ja, dass die andere was weiß, was sie jetzt weiß und, äh, das will man denn ja gar nicht wissen Ja Also, meine Schwester war ja auch mal mit Pelle zusammen Also, das sind ja auch Zustände, aber... Also, nee, wir hatten uns ja an dem Nachmittag schon offiziell getrennt gehabt Aha, ganz saubere Geschichte Auf jeden Fall, das kann ja sein, dass ich das eine oder andere, äh, ihr Gegenüber schon immer übertrieben hatte Hinsichtlich Pelle Aha Ne, und wenn die dann mit denen zusammen ist, dann fliegt sowas ja auf Und wenn sie mich dann noch so komisch anguckt immer, dann weiß ich ja, dass sie weiß, dass, äh... Aha Ne, deshalb waren diese 14 Tage auch Funkstille mit Gabi Genau wie mit Sylvie und ihre beste Freundin Und, äh, später haben wir dann ja beide über ihn gelacht Du, manchmal ist ja komisch im Leben, ich nehme mal meine Stiefmutter, das ist ja meine Ex-Frau Was? Ja, mein Vater hat mir hier die Frau ausgespannt Silvester 64, habe ich sie beide in den Keller erwischt Ich wollte noch Sekt hochholen und siehe da, Bums, Scheidung und wieder denn so ist, ne? Franz, sind nicht Ja, auf jeden Fall, die haben dann ja geheiratet und sie war dann ja meine Stiefmutter, obwohl sie 20 Jahre jünger ist als ich Das ist ja von der Natur auch nicht so vorgesehen, du Ja, die sind ja auch lange getrennt, aber meine Schwägerin war sie denn ja immer noch Wie? Das ist ja die Schwägerin von meiner dritten Frau, aber die ist ja auch schon lange Ex Ja Aber dann war sie über meinen Sohn Reimi, den kennt ihr ja Ja Da war sie ja erst seine Mutter Ja Dann wurde sie auch die Oma und nachher dann ja seine Tante und Ex-Oma Also Mutter bleibt sie ja Also Wieso? Das ist ja unerhört alles, mach da ein Rätsel da Ich brauch noch Amtskleidung des Richters mit vier Buchstaben, zweiter O hinten E Ja, ne Hose, zwei Euro des Mindestes Es passt Frühstück bei Stefanie Es ist ja wie es ist Steffi, machst du mir Meckbrötchen? Ne, muss ich erst schmieren Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Oh, gestern haben sie ja wohl beraten, wo sie ihren Atommüll lassen sollen Weißt du, was die da bisher in Gorleben für verblasen haben? 1,6 Milliarden Euro Du, da kriegst du ja bald ne Elbphilharmonie für Ja, nicht ganz Aber kannst du mir mal sagen, wo diese Kosten für so'n Salzstock herkommen? Das begreift ja kein Mensch Du, was meinst du, was das ganze Salz kostet? Wenn du das da hinbringen musst, in solche Mengen Und hinterher machen sie dann noch Löcher rein Hallo, geht's noch? Du, ich meine, das ist ja immer so Äh, den hat vor 30 Jahren mal so'n Architekt gesagt Leute, ich mach euch für 20 Millionen So ne ganz schicke Salzstockgeschichte Schlüsselfertig Ja Du, dann geht das ja los Dann wollen sie andere Türen, dann wollen sie andere Lampen Dann ist da was feucht Udo, ich hab das ja mal in Fernsehen gesehen Da sind ja überhaupt gar keine schönen Lampen drin Aha, nicht? Ne, nur so billige Kellerlampen Kostet ja eine 6,95 Und dann sind da so dicke Kabel Einfach auf der Wand Also, sag mal Ne, das wird sich ja kein Privatmann bieten lassen Das hier ne Frechheit und nur so Tunnel immer Leute, es geht um die Standortsuche für ein atomatisches Endlager Dass sowas überhaupt zu lange dauern muss Naja, schwierig ist sowas ja immer, du Bis ich mal den richtigen Standort für mein Erdmännchen hatte Du glaubst es nicht Was für ein Erdmännchen? Georg, dieser kleine Beistelltisch Wo das Erdmännchen so'n Tablett auf die Hände trägt Ja, ach, dieses Ding Ja, die Lech Erst hatte ich ihn neben dem Fernseher Das sah nicht aus Denn neben dem Sofa Aber da sprang Rogi immer drauf Das war dann auch nix Dann hatte ich ihn ne Zeit im Badezimmer Dass den einen dies Erdmännchen so die Handtücher reißt Ja, doch, doch Das ist ganz gäggig, ne Aber da stand das denn auch im Weg Ja, wo hast du's denn jetzt? Ne, jetzt steht er gerade im Hausflur vor meine Tür Ja Hab ich so ne Elektrokerze drauf, ne Freu ich mich, wenn ich nach Hause komme Leute, also Ne, das ist dies, was du sagtest Ich rede hier von Atommüll Die sollen sich mal nicht so anstellen Ich hab mal ne alte Waschmaschine und Gasse Den Stadtpark in den Teich geschmissen Hans, das ist ja nur auch nicht, also Frenz hier noch War's nie wieder was von gekommen Sag mal, jetzt reicht es aber hier Du kannst ja auch nur nachts machen, sowas Komm, geh mal durch, mach du ne Rätsel Na, ich brauch noch Lob Mit elf Buchstaben der sechstehsten E Ja, was sagt man da? Fein gemacht Ja, jawohl Na, Rogi Es ist ja wie es ist Steffi Machst du mir Meckbrötchen? Ne, muss ich ja schmieren Möchen sogar nimm dir selber, ne Was hast du denn an, Udo? Das Bayern-Trikot Ah Ich hab's noch nicht geschafft, das auszuziehen Ne, die Stimmung war ja nur sehr gut Und da saß man dann ein bisschen länger Dann mit den ganzen Unterschriften draus Einmalig Wo gab's das denn? Ne, das sind nur so Deko-Autogramme Das hab ich selber gemacht Ah Ja, mit so'n Merker Ja, schick Ach, dann ist das noch nicht mal echt Das ist ja nun völlig egal Das ist nun völlig egal Man kommt ja als Fan gut rüber Und bei dies gekriegelt heutzutage bei der Autogramme Da kannst du ja sonst was behaupten Ja, dann sag's was Also, wenn du dir heute irgendwo ein Autogramm holst Dann sieht das ja aus, als wie wenn so ein Kleinkind mit einem Filzstip spielt Das ist das, ne Die reinste Verarschung Ey, frag hier nix so rum Früher, Fritz Walter Da stand Fritz Walter mit Vor- und Zunahme Ja Aber dann ging das ja los 76, da hatte ich den Fall Möllendorf Was ist das denn nun wieder? Ulrike von Möllendorf Die hat die ZDF-Drehscheibe gemacht Also Und da hatte ich ein Autogramm erbieten Im Großen und Ganzen schön leserlich Oh Sagte ich ihr ja auch an Telefon Wie? Ich hab sie ja persönlich erreicht Oh Ich sag Frau von Möllendorf Ja Alles gut und schön Oh Aber wo ist ihr F? Wie? Ja, ich sag am Ende fehlt ja wohl ein F Also Diese Frau hat einfach aufgelegt Georg, also Ne, das muss man sich mal vorstellen Also Und dann hatte ich ja den Fall Jürgen Markus Ja, ich allmählich Ja, hatte ich auch ein Autogramm bestellt Damals noch bei der Hitparade Jürgen Markus 469 Herne Marienstraße 6 Ja, da Ja Ein vollkommen unleserliches Gekrakel Ich frag zurück Wenn Sie wirklich Herr Markus sind Schicken Sie mir bitte zeitnah Eine Kopie Ihres Personalausweises Alonso Ja, kam auch nix Jeder spielt rum wie er will Und das nennt sich Autogramm noch Hallo Darf ich hier mal um Ruhe bitten? Sagst du denn, dass man bei Jogi Lüft Sein Autogramm noch die Ö-Punkte erkennen kann? Ja Also auf mein Deutschlandtrikot Hab ich Ihnen mit Punkte gemerkt Das interessiert mich nicht Schnapp sie jetzt Ich bin hier am Denken Was denn? Ich brauch noch Innerer Teil unseres Planeten Mit sieben Buchstaben hinten N Franz Höhlen Ah, das war's Bei Stefanie Es ist ja wie es ist Steffi Machst du mir Meckbrötchen? Ne, muss ich erst schmieren Mich und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Steffi, ich brauch mal die Hilfe von deinen Neffen Oh her, was denn? Ja, ich will Anzeige erstatten Gegen einen Globi 66, ne? Da muss man ja denn diese IP-Adresse rauskriegen Dass man ihn dann rankriegen kann Was hast du denn gemacht? Ich hab gar nichts gemacht Ich hatte in einem Forum im Internet Mal eine Frage nach Verzinsung von Mietkaution gestellt Ja So, bei solcher Einträge Mach ich ja unten immer so einen kleinen Vermerk Mit Schrägschrift Was? Mit Schrägschrift Achtung, ungebetenes Dutzen Wird von mir strafrechtlich verfolgt Du hast ja wahr Verbliebe Also Warte Ja Denn antwortet dieser Globi 66 Doch wörtlich Et Alerich Wie bist du denn drauf? Also jetzt ist er dran Ich lass mir das nicht mehr bieten Wie hab ich da informiert? Du Georg, im Internet wird geduzt Auch wenn man sich sonst sieht Wenn ich das nicht will Kann ich dir anzeigen Ich bin ja mit Dr. Brimi Per Sie Aber nun haben wir rausgekriegt Dass wir in einem gleichen Hundeforum sind Und er der Dr. Charlie heißt Und ich ihn da immer duze Als Miss Prigi Sieh zu, das kommt davon Ach Sünde du Also ich weiß gar nicht Was ich jetzt Also wie ich ihn jetzt Also ich geh da gar nicht mehr rein Na dann eiert man rum mit du oder sie Also Du selbst der Papst eiert ja rum Wie bitte? Wenn der Papst aus dem Flieger steigt Dann sagt er ja auch zu Merkel Sieh Frau Bundeskanzler Ja Andererseits Bei der Verabschiedung an Flughafen Merkel und Gauck stehen da zum Winken Dann heißt das auf einmal Gott segne euch Also von wegen sie Ja das ist das ne Aber es gibt ja auch so Bereiche Da duzt man denn Leute Die man normal sitzen würde Was weiß ich Internet, Midnight, Sauna Das ist ja wohl ein Unterschied Ob du mit Dr. Brimi in der Sauna sitzt Oder mit so einem Würdenträger So ein Duzen Ja ich stand ja neulich mal ins Stadion In der Halbzeitpause Zwischen zwei Polizisten an der Rinne Ich so Sag mal Habt ihr Spargel gegessen? Ja ich ja wohl dann Mein Herr Hab ich denn nachgeschoben Weil der eine denn schon so guckte Ah ja Ja höflicher geht's ja wohl nicht Also man muss sich da herantesten Ich hab Heinz Riemann gesiegt damals 36 an der Rinne Ah nicht Habt nicht um wieder diese Gesichte hier Ah nun Waren noch andere Zeiten Ah das ist was Und jetzt macht er ein Rätsel Ich brauch noch Hornähnliche Substanz Mit sechs Buchstaben Vollerzählchen I Geweih Jawoll Das war allerdings nicht so schlecht Geht's noch Dann mag ich euch Muss man auch erstmal nachdenken Wie ihr euch nicht verstanden Hallo Das ist hochpolitisch Ganz genau Ganz genau Wahh Ah Bist du Bist du Bist du